Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei LateShift. Heute werden wir den zweiten Run starten. Nachdem wir beim letzten Mal ein Ende und elf Kapitel gefunden haben, schauen wir, dass wir jetzt noch ein bisschen mehr schaffen. Zwei von sieben wären nice und vielleicht 14 von 14 Kapitel gefunden. Auch wenn ich das wahrscheinlich nicht in einem Run jetzt schaffen kann. Aber man soll positiv denken, also werden wir schauen, dass wir das hinkriegen. Ich werde auf jeden Fall so ziemlich alles anders machen wie beim ersten Mal. Das heißt, wir spielen heute einen richtigen Badass, der sich um nichts scheißt. Wir werden alle töten, die uns im Weg stehen. Gut, vielleicht nicht töten, aber wir werden halt richtig Haut drauf machen. Wir werden die Gangster unterstützen. Wir werden einfach alles anders machen, woran ich mich erinnern kann. Was ich in eine Spur gelenkt habe, werde ich jetzt in die andere lenken. So, und damit würde ich sagen, fangen wir an. Auch die erste Entscheidung werde ich anders machen. Da werde ich nicht Egoismus, sondern Selbstlosigkeit machen. Vielleicht ist das ja auch schon genug, um irgendwas zu bewirken. Und vielleicht kann ich auch jetzt so ein klein wenig mehr über Dialoge, die wir schon kennen, drüber reden. Weil, naja. Wobei, ich werde euch die Experience nicht nehmen. Some people say we're all connected. All part of some bigger picture. Some harmonious flow. Endless and meaningful. Maybe that's how it looks from a distance. But up close, with eyes open, I see no evidence of any spiritual choreographer at work. No, I see nothing but the random fractures of a selfish, queenless hive. Never looking. Never stopping. Never meeting. Don't get me wrong, yeah? I'm not judging anyone. I mean, I want to get home as fast as the next person. But is it my unwavering selflessness, that allows others to go before me? Or the selfish knowledge, that the last one will be the first off? Ja, probieren wir diesmal Selbstlosigkeit. Selbstlosigkeit. Äh, ich? Ja gut, wenn man's so sieht, aber ich fand Egoismus irgendwie die passendere Antwort. Ne, ich hab ihm beim letzten Mal geholfen. Also, einsteigen. Das war dasselbe. Ich glaube, ich hab die Fa... Oh ja, klar, wenn wir unhöflich sind, dann verpassen wir den Zug. Okay, nee, das ist neu. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt wahrscheinlich, wenn Unhöflichkeit schon so arsch ist, wird das ganze Playthrough vollkommen schlecht ausgehen, schätze ich mal. Wobei, das erste ist auch nicht gut ausgegangen, also... Also nicht wirklich gut. Danke, Scheiße. Wenn man sich's recht überlegt. Na gut. Schauen wir mal. Die erste große Entscheidung ist, ob wir der die Schlüssel geben, und das werden wir tun. Und zwar ganz selbstlos. Alright. Es gibt zwei Autos, und die restlichen sind gemeldet. Es sollte eine schöne, kaltende Nacht sein. Bis morgen. Ja, wir machen es. Wobei wir sollten vielleicht doch Geld rausschlagen. Ich werde schauen, dass ich Geld rausschlage. Und hier sind sie. Die größte sinnvolle Beziehung, die ich in meinem Leben gehabt habe. Mit ein paar Metal-Bimbos. Oh, look at you, my beauty. You could keep me in college for over a decade. Care for the way he saturates it with his ego. Ah, here he is. Did you put all wrongdoers to flight? You can leave the key to me, sir. I'll park the car for you. I'm not the driver, son. I do beg your pardon, madam. No problem. No tip. Him or her, fuck. Thank you. Thank you. You know, sometimes choices are so small you don't even see them. You are your decisions. That's what shapes you. And that last one shaped me into a little bit of a chauvinist. Just like that pig in a suit. So, erste Entscheidung incoming. Forget something? Not exactly. Um, I'm sorry about before. You know, just assuming like that. Oh, ignore him. He was being an arsehole. Think your boyfriend's an arsehole? Don't you? But, er, he does have a nice car. What are you reading? Just a little bit of light study. Looks pretty heavy to me. Can I help you with something? Ah, I need a favour. I need the keys to the Maserati. Does Dr Brent know? Okay. Of course he does. Okay. Okay. And you want me to sign him for it then? Okay. He doesn't know. It's a secret, but I really need those keys. It's just for tonight. I'll be back before two. Okay, we want Geld rausschlagen, also müssen wir warum fragen. I want to know why you need the car. We don't need to worry about that. Fine. Fine. I won't. Okay. I made a bet. A stupid bet that I could turn up at this party in a Maserati. That was rash. What was the bet for? A grand. A grand? A hundred of it is yours, if you let me have those keys. That's 200. Two hundred. Okay. Okay. In cash tonight. I'm good for it. Oh, fuck. Ich hoffe, ich bereue das nicht, aber ich hab gesagt, ich mach alles anders. Scheiß drauf, ob es schlecht ist oder nicht. Also ich werde mich nicht selber umbringen deswegen oder so. Prüf den Monitor. Jetzt schauen wir uns das mal an. Alles in Ordnung, sagen wir mal. Wir haben beim letzten Mal angeschaut, also. Not a scratch. Not a stain. Nothing. Alright? You fiddle with your lipstick outside of the car. And you wipe your shoes before you get in. Anything else? Yeah. You're back here by one. Not a minute later. Yes sir. Oh, shit. Äh, geh hin. Ach, scheiße. Ich hätte nimm den Pfefferspray nehmen sollen. Das ist schon neu. Scheiße. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was abgeht. Shit. Ich hätte der nicht das... Geh hin. Was für? Jetzt! Ich hätte den Pfefferspray nehmen sollen. Fuck. Was willst du von mir? Ich will, dass du sie aufhörst. Mh, sagen wir mal okay. Wir wollen die Bösen unterstützen. Oh, komm weg! Sorry. Du öffnst jetzt. Sie geht rein. Sie geht rein. Sie sind auf deiner verdammt. Gah! Hat er sie jetzt erschossen? Ich glaube, er hat sie nicht erschossen. Das hätten wir sonst gesehen. Oder mitgekriegt. Oh, dickhead! Es sieht nicht so aus, wie ich fahren kann. Du gehst hinter der Wand. Du willst mich hier raus fahren? Das ist genau das, was du machen kannst. Okay, manche sind gleich. Gut, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass jede einzelne Szene komplett anders ist. So ein bisschen roter Faden muss ja sein. Also wir werden trotzdem egal, was wir wahrscheinlich tun, in den Keller einbrechen und irgendwann bei den Chinesen landen. Schätze ich mal. Wobei, gerade das mit den Chinesen könnten wir vielleicht irgendwie... Okay, ich fahre. Nee, ich habe aber beim letzten Mal gefahren. Gut, was mache ich jetzt? Ich könnte wegrennen, aber ich will ja die Bösen unterstützen. Ich mache mal grundsätzlich so, ich unterstütze die Bösen, bin aber auch ein bisschen auf mich bedacht. Aber nichts mit der Polizei. Ich kann nicht jede Option wählen. Weil ich glaube, irgendwann wird das too much. Ich habe übrigens gelesen auf Steam, es gibt 800 Entscheidungen. Wir hatten bis jetzt erst 60, oder? So. Du bleibst direkt, wo du bist. Schau, ich bin ein fucking Student. Okay, ich habe kein Geld. Meine Familie hat kein Geld. Ich bin nichts für dich. Jetzt bist du fertig. Geh in das Haus. Wie gesagt, ich will die unterstützen. Also. So. So. Ja. So. 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 Und. Who the fuck is that? It's the nightgarde. What happened to your arm? He fell 15ft onto a concrete floor. This is your idea of a slick operation. Dripping DNA over the place, kidnapping the first innocent bystander. I got the card, didn't I? It's outside. Jesus Christ, and who the hell is going to drive? Because you're clearly not. I'll be alright. Fucking idiot. It has to be four people, there is no way you can manage the auction assistant and everyone downstairs on your own. I'm well aware of how many people it has to be. You have to call it off. Do you want to tell Mr Wu that we missed the one chance to get our hands on his fucking rice bowl? Because I don't. We have one window of opportunity and we're going to use it. Fine. How? Leave him to bleed. He needs to make some calls and try and find a replacement in the next. Shit, in the next 30 minutes. Call Danny if he doesn't pick up. Try and get all of that. You Irish Pete. What about him? Let's put a bullet in him. I don't care. We're saying nichts. I'm not a murderer. I don't intend to start now. Pass me different auction and a couple of cable ties. What the fuck is that? Yeah, you guys have it like you. Oh, still. We're making things worse. I think I'm going to start with the moment, you're letting me out. And why is that? Because you're there on the couch there. He might have brought you the BMW, but he's brought it here with the valet key. The valet key is that. It's a parking key. It means you can't drive faster than 35 miles per hour. Not great for a getaway car, is it? And why do you think it's a getaway car? Oh, your face? Ist es fucking richtig über die Key? Es gibt einen Block auf den Elektriks, aber wir können es. Nein, du kannst. Du kannst es ohne Triggering den Immobiliser. Aber ich kann. Aber du kannst. Ja, du kannst. Du hast einen Ticket gemacht und das Operation gemacht. Are you serious? Are you going to go to the basement? Wir haben keine Ahnung, wer er ist. Nachdem wir ihn nicht wiedersehen, was die Unterschiede macht? Die Unterschiede ist, dass er ein Problem ist. Herr Wu ist in Ordnung. Und wir haben einen Deal mit ihm gemacht. Wir können nicht zurückgehen. Was sagst du? Ich habe keine Ahnung, was? So lange, dass ich meine Karte bekomme. Oh, wir können. Okay, wir können vielleicht einen Anteil auch haben. Und was bekomme ich in Rückkehr? Nein, du schaust dich. Beim letzten Mal habe ich hier eingetragen. Ah, jetzt fahren wir es weiter. 5 Grand für das Auto entlocken. Und wie heute Abend bin ich aus dem Job. Also ich will eine vollen Karte. Es ist keine Karte. Bitte stirb nicht. Ich nehme seinen Risiken. Also ich will seine Karte. F*** auf! Hör auf, Eddie. Ich werde das Geld wert. Okay, ich sage dir was. Du zwei spielst 50-50. Das ist der Deal. Done. Du kannst das nicht! Es ist done. Geil. Geil. Geiler Shit. Das ist gut. Das ist gut. Oh, manches. Ne, jetzt. Das ist gut. Wir haben jetzt Geld da rausgeschlagen. Gefällt mir schon. Haha. Wir sind einfach hier jetzt richtig bad. Um es mit Michael Jacksons Worten zu sagen. Was mache ich nächstes? Gehe ich mit dem? Und dann schaue ich ihn in? Nein, wir helfen ihm. Geil. Ja, genau. Ich halte den Mund und nehme das Geld. Diesmal machen wir es ganz anders. Nichts mit Polizei, sondern richtig. Wir machen hier bei den Security platt. Ich weiß nicht, ob wir... Sollen wir Mei Ling stoppen mit dem Gebot? Oder soll... Ne, wir lassen sie höher treiben. So viel für die kaltende Nacht. Wobei, das war ja auch Unterstützung, hat sie dann gesagt, dass wir sie aufhören lassen. Wir machen hier. Nerve geht's schon? Ich würde nur aufhören. Ich würde nur aufhören. Ein sehr kaltende Chines Klan, die Toyser, ist hier heute Abend, um zu reacquieren, eine Porcelinbore, die in der Familie in der Familie für über 1,000 Jahre. Reacquieren? Was ist falsch? A Careless Business Transaction. So, we're here to help them get it back? We're here to stop them getting it back. I presume we're not buying it. What do you think? Great. You know, I gave up stealing a long time ago. To do what? To study. Then tonight's your lucky night. How do you work that out? Because the only thing studying will get you is unemployment. Failed education is still no excuse for stealing, you know. We're stealing from people who are prepared to spend millions on a piece of pottery when they're far more worthy causes in the world. What on your worthy cause are you? Tonight I am. Yeah. Yeah, I guess you could see it that way. You know, maybe you've got a point about relieving some of these people of a sliver of their money. Yeah, genau, genau. Das haben wir noch nicht gesagt und das ist das, was ich meine. Dass wir denen helfen. Genau. Ich bin echt gespannt. The second part of the auction has just begun. Thank you. 910 to my left. Thank you, sir. 910. 920. 920. Thank you. I see you. 930. Again to my left. Third row on the left. 940. Do I hear 940? 940. Thank you, sir. Looking for 950. 950 to my left. Do I hear 960? Fair warning. I'm selling. I'm selling. 950 once. 950 twice. Sold for 950,000 pounds. This marvellous 12th century cabinet with its hidden compartment. 950 grand. Just trying to keep your powers right. I'm sorry. If I had that kind of money, I wouldn't spend it on a fucking sideboard. Sorry. Why don't you try not talking at all? So we come to what I feel must be the highlight of our sale this evening, lot 247. And to introduce it, first I'd like to pass you over to our expert, Miss Katie Tran. Katie. What we have here is an absolutely exquisite example of late Ming Dynasty porcelain. Downstairs now, mate. Is the ball there? One of only three remaining examples of the red phoenix pattern known to be in existence. Sebastian, if you would please. Thank you very much indeed, Katie. It is a truly exceptional piece, the sale of which cannot be passed without remarking that its owner, Mr. Samuel Parr, who is far too modest to mention it himself, has agreed to donate 50% of the sale proceeds to the Chinese Art Restoration Fund. Yeah, he can't afford it. What did we say about not talking? Thank you. And so, we should begin the selling. Thank you, Katie. Thank you, Sebastian. And I would like to start the bidding, please, at two million pounds. Two million. Thank you, madam. Two million I have to my left. Three I'm looking for. Do I hear three? Three at the back. Thank you, sir. Do I hear four? Four. Four to the lady. Thank you, madam. Four I'm bidding. What the fuck are you doing? Do I hear five? Yeah, what the fuck are you doing? Five I'm looking for. Nine I'm looking for. Nine to the lady. Thank you, madam. I'm looking for nine five, ladies and gentlemen. Nine five. Nine five to my right. So do I hear ten? Matt, stop this. Don't talk to him. Talk to me. We're looking to break ten. Thank you, madam. Are you out of your fucking mind? Ten we have. We are at eight figures in the room, ladies and gentlemen. Ten is your bid, madam. It's against you now, sir. So do I hear ten five? You are so getting lumbered with this. Ten five. Ten five I have. Thank you. Yeah, it's dropping the order. Now do I hear eleven. Neh, neh. Eleven I have with the lady. Again, thank you, madam. Do you have a system for this? Eleven is your bid, madam. Yeah, I've got a feeling. Eleven, so. We have eleven five. Eleven five. Eleven five. Eleven five. So the chances of getting away with another bid... Your bid at eleven, madam. Eleven five. Eleven five. Trust me. Eleven five. Eleven five I have. Thank you very much, sir. Eleven five at your bid. It's against you now, madam. It's against you, sir. Eleven five. Eleven five with you, sir. Fair warning. I'm selling. Eleven five once. Eleven five twice. So, to the gentleman on my right for eleven and a half million pounds. Thank you very much, sir. Congratulations. Eighteen five percent. I guess we'll never know, will we? Shit. Come on, let's get out of here. Ah, shit. Scheiße, hätt ich sie nochmal lassen sollen. Hm. The wall doesn't turn on mathematics, you know. Yeah, well, mine does. Well, maybe that's your problem. Right now, you're my bloody problem, darling. A problem that just increased your cut by about twenty-five percent. Now that's mathematics. Alright, where to? The basement. Jeffrey's going to call the lift from downstairs. Okay, and then? Then you're going to take out the security guard. I'm sorry, I'm gonna do what? Just follow Jeffrey's instructions, darling. Just like you did when you stopped my bidding. So, what do I do? Do I play along and try and get out of this later? Or do I try and stop this little crime wave dead in these tracks? Ne, we befolgen den Plan. Wir wollen ja schließlich die Anteile haben. Die Hälfte von dem einen Typen mit nem gebrochenen Arm. How did I end up here? Alles klar, da sind wir. You did well. Stopping mailing like that. Don't know what had gone into her. Follow me. Just seems to like the rush. You don't say. Okay, the assistant's packing up. You've got to move. Right now. Wait here. When Simon gives the word, move out into the middle of the corridor and wait for the guard to come to you. Just say you got lost looking for the box. Simon, freeze the guards image. He's not gonna believe that. I'll handle that. Ready? Yeah, ready. Go. Alert the guards or let this play out. I might not get another chance. Nee, wir spielen mit. Okay, Matt, go. Stop right there, sir. This is a restricted area. What do you think you're doing down here? I got lost coming out the lift. No, this floor is staff only. Oh, I was looking for the toilet. No, you wouldn't have come down here unless you meant to. I got lost by the toilet. Take the toilet. Yeah, I'm going to put it on the toilet. So, right. It's so much. Leittyp, den ich im Krankenhaus besucht habe. Aber der ist jetzt unsere Schüssel. Und wir helfen. Weil wir Prozente wollen. Weil wir geldgierig sind. Ich mein, Geld ist doch auch Mathe, oder? Und wir sind Mathe-Typ. Wir sind der Mathe-Typ. Ja. Aber wir müssen uns trotzdem nicht wirklich die Hände schmutzig machen. Okay. Simon, wir sind der Tür. Okay, wir müssen beide Code zusammenfassen. Got es? Okay, der Klingel ist hier. Der Klingel ist 309220. 2 2 0 okay punch in the right code and i'm good on the right keypad enter this yeah code correct and gave me got it now both hit enter at the same time okay three two one got it we're in thanks mate take him with you and now it's all good and we didn't have to shoot in the foyer cool deutlich angenehmere stimmung meinte aber die bullen sind trotzdem die bullen sind trotzdem da oder ja komm gib fünf soll das irgendwie meta sein ja stimmt eigentlich okay und was passiert jetzt das ist jetzt komplett neues gebiet glaube ich bringen wir das jetzt zu unserer destination wir sind wieder hier also ja wir müssen die fluchtfahrzeuge ja wieder tauschen die well we have it fuck for that just get out of it okay nothing here nothing there ladies and gentlemen we are back in society let me see let me see it i want to see the bottle just wait this thing stays in the bag until we get to wu's place and he turns it into money to fucking right you want to take a left some shortage high street hong kong city restaurant so it's glossy we're gonna do about this comedian give him to me i'll pop him whoa hold on not here just keep him quiet until we get rid of this ball jeffrey you're not serious there should be some gaffer tape in the back somewhere hey look out oh aber dieser dreckswagen ist immer noch da na gut aber ich würde sagen selbe stelle selbe welle wir beenden wieder genau dort wo ich auch die allererste folge beendet hab und ja wie die entscheidungen die wir bis dato getroffen haben noch das zukünftige verändern und vor allen dingen was für zukünftige entscheidungen wir treffen und vor allen dingen was für neue szenen wir noch sehen weil wir haben schon ein paar neue szenen gesehen da wo sie sie äh die am anfang das auto wollte ja gut aber die hat jetzt halt nicht die konnte nicht fahren aber hätten wir sie irgendwie fahren lassen können ich weiß es nicht dass wir das geld kriegen und den gefallen egal wie auch immer ähm wie auch immer das war eine neue szene dann äh das im keller mit den schlössern mit diesen zwei codes das war neu und sonst noch ein paar kleinigkeiten die anders waren wir haben geld rausgeschlagen aus dieser ganzen nummer und ja das war es für diese folge von late shift wir sehen uns beim nächsten mal und bis dahin sage ich tschüss Leute corner in 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 in